Ah, nenn mich Merlin. Ich bin der Magier von König Arthurs Hoch. Lange, lange ist es her. Ich habe gute Freunde von Far Away Planet. Von einem weit entfernten Planeten. Sein Name war Hirocon. Er spread the tetrids across time and space so that only a hero could find him. Er hatte entschlossen, die tetrids entlang von Zeit und Raum, die tetrids zu verteilen. Und nur ein Held kann diese finden. When last we spoke. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben hier, er fragte mich, to watch over such a hero in his journey someday. Ausschau zu halten nach einem Held, der irgendwann eines Tages, dass dieser Held, und dieser Held bist du, Sir Mike. Und der Tag ist heute gekommen. Du musst jetzt finden das letzte tetrids und dann musst du alle zusammenfügen. Das Schicksal von Hirocon's race rests on you. Ja, von seinem Dings liegt jetzt bei dir. Ich will dir jetzt geben das letzte und mächtigste von der Magie. Und wir bekommen... You've got the ultra-psychic shockwave. Wow. Jetzt führe fort dein Abenteuer entlang dieses Weges und bekämpfe zuletzt... Bekämpfe alle und finde zuletzt das letzte tetrids. Oh ja, Merlin. Dankeschön. Uiuiui. Cool. Wo fallen wir jetzt wieder runter? Also ist das tatsächlich stärker als mein Schwert? Hm. Ich habe immer gedacht, das Schwert ist irgendwie das mächtigste und wir haben nichts von unserem... Toll. Ja, und ich habe meine super mächtige Waffe nicht, weil ich zu wenig Leben habe. Ah, ist das herrlich. Musik gefällt mir. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Es ist nicht wahr. So eine verdammte Bumseule. Die ich dann auch noch nicht mal... Achso, ja. Oh, ja, ja, ja. Jujix. Okay, die scheint wirklich sehr mächtig zu sein. Ah, die Musik, die gefällt mir wirklich. So, wo will ich jetzt lang? Will ich da oben lang oder will ich jetzt hier lang? Ah, Mist. Na, ich will erstmal hier gucken. Hier ist da wieder irgendjemand. Nicht? Einfach nur so ein Raum? Cool. Aber finde ich schon schön, dass das Spiel hier dem Spieler wenigstens die Möglichkeit gibt, wieder volles Leben zu bekommen. Naja, fast volles Leben. Kacke. Tun die gar nichts? Ja, die tun gar nichts. Die explodieren nur. Oh, ein Riesenblubber. Eih, ganz wie eine kleine Blubber. Warum ganz wie eine schnelle Blubber? Oh, die Waffe ist geil. Ja, äh, da lang geht der nur. Ich dachte, da oben links wäre eine Leiter. Äh, eine Treppe, aber... Okay, hier müssen wir wieder schräg arbeiten. Guckuck. Oh, er verträgt doch einiges mehr. Jujks. Na, ich stelle mich rein. Ich bin noch ein Held, ey. Aber es macht so viel Spaß jetzt mit der Waffe hier. Guck dir das an. Das Geräusch ist nur ein bisschen gewünsbedürftig. Ja, danke schön. Oh, ganz jajajajaja. Wow, die schießen. Das Misty schießt. Oh, das ist gut. Aber brauche ich gar nicht. Wie geil. Ach, ey. Hau ab. Gibt es hier irgendwas anderes noch? Oh nein. Na. Ja, ja. Da sind sie wieder die Sprungpassagen. Denn jetzt? Super, klasse, danke. Nein. Ich kämpfe lieber gegen 20.000 Gegner als diese Dampen-Sprungpassagen hier. Mano. Na, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Wehe, wehe. Ich bin... Das ist doch nicht wahr. 100 Pro, ich schaffe den Sprung nicht. Ich wusste es. Alter, es ist nicht wahr. Diese Sprungpassagen machen mich fällig. Man, warum habe ich nicht getroffen? Nee, 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 nee. Würdest du dich vielleicht mal treffen lassen? Der hat ein Schild, das Aas. Oh Gott, stellt euch mal vor, damit ein Raum, drei, vier Stück oder so, vor. Was? Na, na, ganz toll. Schatz. Oh, kacke. Ah, cool, ich kann die da anhalten. Warum hat mir das nicht einer mal vorher gesagt? Ja, sie hat mir gedacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 danke schön, cooler Raum, was, was, raus hier, was, es ist doch nicht wahr, und hier oben war auch noch irgendwo, ja, es war klar, immerhin, so, links oder rechts, links oder rechts, ich gehe rechts, oh, kacke, nein, 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 für so eine Blödheit muss man, keine Ahnung, irgendein Zaubertrank, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, oh, nein, 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 mein Todesraum, nein, 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 das ist mein Todesraum, ich gehe hier rechts, ach, guck mal, jetzt ist die 2D so, dass ich da durch kann, nur dafür, euer Ernst, ich habe das alles jetzt hier gemacht, nur deswegen, oh, nein, das heißt, ich muss da hinten hin, also, seht ihr, was ich meine, es ist nicht fair, es ist einfach nicht fair vom Spiel, mein Todesraum, es ist mein Todesraum, bringt überhaupt nichts, wie die Match seitens 3, ausisches Kindlon präsentertante aus ist mein Todesraum, 4 herzen wie viel krieg ich wenn ich ihn zaubertrank ich warte erst noch mal jetzt nämlich so hier muss es jetzt wieder irgendwas ja sehr gut ich hätte mir den zaubertrank sparen können mann oh Das war's für heute. Das ging jetzt einigermaßen einfach. Ja, jo blubber ich. Warum treffe ich jetzt bitte nicht? Warum? Herrgott, warum muss das manchmal so anstrengend schwierig sein? Wow, was bist du denn? Ach, das ist der Drache. Und wieso treffe ich dich nicht? Wow. Okay. Ah, also nur wenn er das Maul auf hat, okay. Bin ich bescheuert, oder was? Das Problem ist, er bleibt halt manchmal nicht schräg stehen. Man muss dann halt in die Richtung gehen, damit er dann so stehen bleibt. Und das ist das Problem. Deswegen gehe ich manchmal dann nach vorn und gehe dann in den Gegner rein. Seht ihr, was ich meine? Er bleibt dann halt nicht stehen. Er dreht sich dann halt wieder gerade hin. Hau ab! Aber er hat einen geilen Move. Nein. Die Dinger da, die kommen immer näher hier. Na super! Ja. Na super! Na ja, jetzt bleibt er stehen. Es geht nicht ohne, mindestens einmal getroffen zu werden. Nein, ach, Mano. Oh, wir sind so beschissen gestanden. Jetzt mach's Maul auf! Wow, ich bin nicht getroffen worden. Wow, ich bin nicht getroffen worden. Oh, Scheiße. Na, ohne einmal getroffen zu werden, ich glaube, schafft man das hier nicht. Nein, wieso? Oh Mann, Mike! Ich hab schon wieder meine Superwaffe nicht. Nein. Machen wir mal kurz Pause. So, weiter geht's. Okay. Also, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Alter! Zwei Herzen. Ah, was war das denn? Ah, 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 ah! Warum sagt mir das keiner? Nein, scheiße. Ich hab kein Zang, ah, 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 ah! Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot! Und? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! Ja! Bäm! Ja! Hätte man mir das mal vorher einer gesagt... Lass mich raus hier! Ja, 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 ja! Hätte man mir das mal vorher gesagt, dass ich einfach nur springen muss und dann kann ich ihn... Ah, herrlich! Wir haben es geschafft! Mit 1, 2, 3, 4, 4,5 Herzen! Oh! Ja, 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 jetzt lass mich hier... Ah, speichere endlich mal! Ja, ja, viel Spaß! Äh, viel Glück! Wir haben das letzte Tetris-Teil gefunden! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sieben Stück! Ja, doch! Wieso ist mein Lebenslevel in Christ? Äh, nee! Es geht noch weiter? Ich hab da jetzt... Ach ja, so, dann müssen wir noch besiegen! Wie viel Kapitel gibt es hier? Das ist ja erschreckend! Ah, you try to put all of the chatlets together! Jetzt, du versuchst, alle Tetris-Teile zusammenzufügen und hast... Tetris, nein, nichts passiert! Super! Welcher Pimmelkopf hat mir das denn hier gesagt, dass ich das machen soll? Hä? Mike? Mike? Oh, Mika! Mika, Mika, Mika! Mike, kannst du mich hören? Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich! Mike, wir brauchen deine Hilfe! Komm zurück zur C-Insel, schnell! Wir haben ein Wiedersehen mit der C-Insel... Mika, warte! Äh, disconnected! Wie soll ich denn jetzt zurück zur C-Insel... Ach ja, unsere... Unser... Oxford-Wunder-World-Pul... Ja, aber... Was ist denn mit dem König? Wir müssen doch nochmal zu ihm! Here we go again! Ja, super! Krass, wir gehen nicht zurück zum König! Das ist... Credible! Ich hätte jetzt echt gedacht, wir gehen nochmal zurück! Ja, und Kapitel 9! Eieieieieieieieieieieiei... C-Insel! C-Insel! Wir sind auf der C-Insel! Auf dem Hubschrauber Landeplatz! Wir erwachen... Mhh... Palmen... Bäume... Ein Strand! Ich bin auf der Zähnsel... Ich bin auf der Zähnsel! You've got to help Mika! Ja, wir helfen jetzt Mika! Schnell! Zu Coral-Cola! Wir haben ein Wiedersehen mit StarTropic 1! Ich brech ins Essen! Freunde, das wird lustig und spannend! Also bis zum nächsten Mal, hier bei StarTropics 2. Und er wird euch 18. Adieu.